So, nach einem harten Training und um 4 Euro Essen und ein 4 Euro Essen durch den Mäcki liegen wir jetzt da und entschuldigen, dass der Taxi verrottet und verfolgt ist, wir sind im Park geflüchtet, ja da ist relativ jährlich, oder? Ja, voll fein, mittlerweile in Shanghai, geil. Ja, ja, ja.